meine damen und herren wir sind hier am gestrigen ort des geschehens und genau hier wo ich jetzt bin hier in diesem wunderschönen fünf sterne ländlichen gebiet hier ist das trainingslager von markt renzi und und den six facts und hier hat mark gestern seine neue single vorgestellt yeah 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 und was daraus geworden ist das schauen wir das schauen wir jetzt und mal gucken was ist wie es aussieht ja und meine damen wir sind hier am arbeitsplatz von markt renzi ist gerade nicht da und wir haben hier einen exklusiven einblick wie markt renzi arbeitet man sieht er arbeitet ja an zwei an zwei plätzen gleichzeitig und das ist aufregend weil das ist quasi als wenn man hier ins tagebuch von michael jackson schauen würde so und hier sieht man hier studiert er die die six also hier er arbeitet an einem arbeitsplatz gleichzeitig und hier die notizen zu dem neuen song ja und das ist wirklich wie es hier steht das ist wirklich also ja ausrufezeichen ausrufe das ganze dreimal dann stellt er sich hier die frage yes or no er hat sich für jahre entschieden hier noch mal zwei fragezeichen und noch mal zweimal hier also die letzten sechs wochen scheint sich wirklich ausgezahlt haben und ich sehe gerade dass mark da hinten am proben ist wir gehen wir gehen mal hin und schauen wir wie die performance zu dem song am ende aussehen wird so meine damen wir sind hier am ort des geschehens und hinter mir da trainiert the one and only mr markt renzi und er hat uns noch nicht entdeckt wie ihn aber schon und man sieht das voller körpereinsatz dabei damit auch die performance zu dem neuen song der absolute und ich meine der absolute hammer wird ich kann ihn ja mal herrufen und mal fragen ob er uns vielleicht noch mal ein kleines interview geben möchte mark es ist so weit wir haben ihn vor die kamera gekriegt mr mr markt renzi mark how are you doing mark natürlich training is a großen teil davon wenn der mega riesig hit der rock's good choreography vielleicht ich bin berühmt von meiner choreography vielleicht hast du es gesehen bei Leute wie lady gaga britney spears ja ja spice girls sowas das war alles von dir er kann doch mal von den eigentlich speichern viele Leute weiß das auch aber unglaublich sehr ist ja wirklich und wie lange machst du das sehr professionell aus ich habe trainiert seit 16 jahren nur an pol als du siehst so ist nicht so einfach und du machst wirklich trainieren trainieren nicht so viele leute ich denke du kannst sowas nicht machen aber du musst trainieren jeden tag jetzt ich bin 14 stunden hier schlaf kaum du brauchst conditioning okay ein beautiful art from performance zu machen ist nicht so so einfach aber dass ich denke das mein ding ja sehr gut sehr gut ladies sie sehen markt renzi ist fleißig ja wir geben ab ich gebe ab markt renzi macht weiter wir freuen uns aufs ergebnis hoch und dann geht's nach lots oder